Hallo, mein Name ist Ingrid Geschoneck und ich zeige euch heute die Farbgele, mit denen ich Mustertipps erstellt habe. Zuerst habe ich ein Fullcover mit einfach edel gearbeitet und zwei Minuten ausgehärtet. Darauf habe ich mit einem feinen Nail Art Pinsel und mit Ingrid Secret Smile Nr. 1 Farbgel Rotkäppchen, mit Farbgel Schwarz Striche aufgemalt. Das Ganze ist ein abstraktes Design, sehr geradlinig. Zum Schluss habe ich Heiklos aufgetragen und das Ganze vier Minuten aushärten lassen.